... Letztes Mal habe ich das Straßenschild gefilmt als er geflogen ist. Das fand er nicht lustig. Verrückt. Kam die Dynamik gut rüber vom Straßenschild? Ich habe ein komplettes Experimental-Video gemacht. Straßenschilder Europas. Es wird doch mal Zeit, dass sich da mit einer beschäftigt. Das bietet ja ja recht viel Potenzial. Das ist ein völlig ausgelassenes Thema irgendwie in den Videotheken. Ist das ein Pferd? Natürlich. Hallo. 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 Das ist ein Pferd. Heute Serv Whitel. Ich Google ist Doyen. schon alle landen